Ja, das habe ich so grundlegend gemacht, ja. So, dann lassen wir sehen. Himmelsstürmer. Okay. Lass mich raten. Bombe rein, draufstellen, explodieren lassen, ne? Und drauf gehen. Wird diese Bombe denn automatisch explodieren, wenn sie oben ankommt? Oder muss ich sie dadurch auch noch sprengen? Ne, geht so, alles klar. Ich musste sie separat sprengen, aber ist ja auch kein großes Problem. So, dann bewegen wir uns mal selbst nach oben. Bupp. Schwere Kampfpolo. Ja, wieso? Ui. Wer ist das nicht? Wow, das ist ja echt übel. Ist das die einzige Schatztour hier drin, oder gibt es da noch mehrere? Werden wir ja gleich sehen. So. Bupp. Dazu noch der kleine Tipp an alle anderen. Wenn ihr Shika-Sensor Plus habt, dann nutzt das Ding auch hier in den Schreinen. Und flieg und sieg. Okay, da sind wir. Sunshine-Kurzschwert mit Gnadenstoß. Naja. Naja. Irgendwie jetzt nicht so das wahre, ne? Zumindest im Vergleich zu den Waffen, die ich sonst so habe. Ah, scheiß drauf. Eisenhammer brauche ich irgendwie nicht mehr. Ich kann Erz ja jetzt auch mit allem anderen kaputt schlagen. Von daher. Ja, geht mal mit kurz. Kurz wird mit Gnadenstoß. Passt doch. Shika-Sensor Plus zeigt jetzt keinen Ausschlag mehr. Ja, das heißt, alle Schreine oder alle Truhen in diesen Schreinen sind erledigt. Habe ich erreicht. Ja, komm, beeil dich. Zeichen über Währung gehalten. Besten Dank dafür. Eins von X. 120 wieder. Yes.